Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind weiterhin begeistert und wollen dies am 26. Dezember mit unserer umfangreichen Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Dafür haben wir unser neues Kompetenzteam vorgestellt, das ab sofort eure Becher lehrt, Sandro M., für den Sachbereich Sachsen-Witze, Jakob Korn, begnadeter Motivationstrainer, Kryptice-Universe, der legendäre Abteilungsleiter aus Striesen und natürlich Jakob Stoi aka Bogdan Matuszkiewicz, Besitzer einer schwäbischen Kantine in Warschau und hauptberuflicher Komponist. Mit besten Grüßen, eure Betriebsleitung. Komponist.